Hey Leute und willkommen zurück zu The Forest. So, okay, alles gut hier? So, okay, ich bin gerade am Vorproduzieren für den Urlaub, schnell. Es hat sich jetzt doch ein bisschen Zeit noch gefunden. Was war das denn? Und die will ich jetzt einfach mal schnell nutzen, um noch ein bisschen... ...The Forest aufzunehmen. Und da liegt auch direkt so ein Toter. Warum auch immer. Hallöchen. Boah, da ist so ein Schaltkreis. Alter, hier kommen immer wieder neue Sachen hin. Das ist ja lustig. Anscheinend immer, wenn ich die Aufnahmen neu stehe, also wenn ich einmal geladen habe, sind hier wieder neue Sachen. Das ist cool. Und das Schiff ist weg. Der Schiff ist weg. Okay. Achso, das sind die scheiß Fliegen, ey. Die hier so ein Theater machen. Okay, okay, okay. Okay, so, also. Ganz gechillt wir. Coins, Kassettenplayer. Restores Energy. Geht doch gut ab, jetzt haben wir hier ein bisschen Musik. Oh Gott, Alter, ich mach das wieder aus, ey. Sonst höre ich gar nicht mehr die Einwohner, wenn die kommen. Achso, ich wollte jetzt hier anfangen, ähm, mein Lager einzurichten. Hier haben wir doch auch irgendwo ein Feuer, oder? Genau da. Sehr gut. So, B. Kastenbildungs. R. Zuerst ist die Mauer hier wichtig. Weil hier ist die Nähe. Ja. Gut, kommt keiner. Ne, Moment, hier will ich gerne so eine Wand mit Fenster haben. Damit wir immer kurz so ein bisschen die Lage checken können, was da draußen abgeht. Macht schon Sinn, glaube ich. So, als nächstes dann hier. die Fenster. Tür. Die Fenster. Oh, es regnet, was ja eine Seltenheit. Mal kurz die Lage checken. So. Hier müssen wir anscheinend noch eine hinmachen, sonst kommt die hier zu leicht durch. Ja. Und hier holen wir uns auch noch so eine entspannte Wand. Und, äh, ja, wenn wir das machen, können wir uns hier, glaube ich, ganz sicher einrichten. Hier können wir dann hinterher auch so ein kleines Bötchen hinstellen. Und allgemein können wir hier auch gut fliehen, wenn denn solche U-Einwohner kommen sollten. Jetzt wird's auch schon Tag. Das ist sowieso ganz praktisch. Ich nehme mich gerne an. Ähm. Ähm, you are cold and wet, hier ist ein Feuer. Hungry, find something to eat. Und, ähm, wir haben immer leckere Nasen dabei. Da höre ich so ein paar Penner. Wir nehmen mal wieder hier. Ach, guck mal, da sind sie ja. Die gehen ganz gechillt einfach an meinem Lager vorbei. Ja, so zehn Mann. Hallo, Vogel. Ähm, mach lieber einen Abgang. Ähm, na du? Hallo? Da brennen sie. Was wollt ihr denn hier, hm? Lebt der da noch? Die haben mir so ein Ding hingestellt. Okay, der Typ lebt anscheinend nicht mehr. Ja gut, den haben wir erst mal gezeigt, wo es lang geht. Ähm, wir haben gar keine, gar keine große Axt. Können wir uns auch mal langsam craften. Der lebt doch nicht mehr, oder? Nö. Das sehe ich jetzt. Nein. Und guck mal, was die hier für Dinger bauen. Versauen uns so einen ganzen schönen Strand hier, ey. Können die nicht machen. Können die nicht machen, Leute. Gebt mal eure Federn her. Ich weiß gar nicht, was man sich daraus bauen kann. Aber bestimmt sind die mal nützlich. Die darf ich essen. Das sind Blaubeeren. So, just give me a little bit. What? Natürlich meine Fläger sind immer bei mir. Ja, aber was kommen die auch direkt hier mit so vielen, weißt du? Ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Hallo, Leguane. Oh, ganz viele Leguane hier. Das ist gut zu wissen. Dann machen wir das nächste Mal keinen Hasen, sondern Leguan. Leguan, weil wir die sowieso hier immer finden. So, die Seite ist hier zuerst wichtig. Weil die hier ihren komischen Baum haben. Oh, hier sind auch ganz viele Hasen. Okay, wir können jetzt machen, was wir wollen. Aber Leguan ist ja auch gut für Rüstung. Und wir haben ja keine Rüstung im Moment. Was wiederum nicht so gut ist. Aber egal, solange wir unsere Fläger haben, sollte das kein Problem sein. Ich hoffe mal, die kommen hier nicht über den Anker drüber gesprungen. Wenn wir uns gleich hier erstmal unsere erste kleine Wand aufgebaut haben. Oh, Leute, Amphor produzieren. Ich habe noch ein kleines bisschen Zeit dafür gefunden. Und ja, Minecraft PvP hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Deswegen versorge ich euch erstmal. Mit der nötigen Ladung The Forest. Ich hoffe mal, ich schaffe das auch noch alles vorm Urlaub zu rendern und hochzuladen. Nein, ich will nicht mehr durch nochmal durch den Baumstamm erschlagen werden. Ich wette, man kann auch... Äh, nicht nochmal durch den Baumstamm sterben. Ich wette, man kann auch durch den erschlagen werden. Das wäre jetzt ziemlich uncool gewesen, wenn das jetzt passieren würde. So. Da ist die erste Wand auch schon fertig. Ja, wir kommen doch gut voran. Hinterher können wir uns dann da auch so ein Haus bauen, so einen kleinen Schuppen. Und dann nochmal die Insel erforschen. Ich denke, hier ist ein ganz guter Ort für ein Camp. Vor allem, weil wir hinten ins Wasser fliegen können und die so nicht nachkommen. Dann können wir da hinten auf die Insel, können wir uns auch irgendwas bauen. Wir haben Zeit. So, jetzt kommt die Wand mit dem Fenster. Kann ich den dicken Baum hier gefahrlos fällen oder will jemand von euch auf die Fresse? Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass man, ähm, mit der Axt hier blockt, keinen Schaden bekommt. Und, ehrlich gesagt, will ich es nicht ausprobieren. Naja, könnt mich mal. Mit komischen Beeren. So, Dankeschön. Das sind Blaubeeren hier. Das ist gut. Wenn wir hier so einen kleinen Blaubeerbusch in der Nähe haben. Ich weiß gar nicht, ob die nachwachsen, wenn man die einmal gegessen hat. Eins, zwei. Da steht doch einer. Denkt er, ich sehe den nicht. Ist die tot? Ja, ist die. Okay. Gut. Wäre ich jetzt gestorben, wäre die auf einmal lebendig. Das wäre ziemlich uncool gewesen. Die Blaubeeren helfen mir gar nicht. Die machen einfach nichts. Füllen keinen Hunger auf, füllen keine Energie auf. Die sind einfach da. Dann ziehe ich mir ein paar von denen rein und es passiert nichts. Da oben steht schon wieder einer. Da ist ja auch tot. Vor allem jetzt sehe ich den nicht mehr. Doch da. Oh nein, ich brenne die ganzen Dinger hier in der Gegend ab. Da sind ganz viele. Du bist tot. Du bist auch tot. Warum fallen die denn nicht um, wenn die tot sind? Alter Spiel. Komm schon. Das ist echt minimal nervig. So, du gibst mir jetzt bitte ein paar Holzstämme, damit ich die eine Seite da schon mal fertig gebaut habe. Oh, perfekt. Hier rollen sogar alle hier runter. Hat man ja selten bei T-Forest. Zuck, zack, 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 zack. Dann ist die Seite fertig. Dann holen wir uns Bäume schon mal für die andere Seite. Alter, die ganzen Köpfe kommen auch hier runter. Ist doch perfekt. Was will man mehr, wenn einem die Köpfe schön hier runterrollen? In diesem Spiel, in dem es immer gewittert. Im echten Leben gewittert es jetzt hier schon so oft. Da muss es ja nicht auch noch immer gewittert. Moment mal. Ich baue jetzt erstmal hier so ein Effigy. Ich glaube so ein Small Effigy ist erstmal ganz gut. Zur Abschreckung. Zwei Köpfe liegen hier. Eins. Zwei. Hey. Warum kam kein behindertes Geräusch? What the fuck einfach nur? Warum kam kein Geräusch? Ja, wie kann ich Covered in Blood? Ach so, ja, vielleicht, weil ich die Dinge aufgehoben habe. Hi. So, die sollten tot sein. Warum kam kein Geräusch bei denen? Ach, guck mal, da oben kommen direkt die nächsten Herren. Flare Gun. Zeige ich denen direkt mal, wo der Hammer hängt. Ja, jetzt wisst ihr nämlich, wer hier der Boss auf der Insel ist, Leute. Okay, die sind auch tot. Noch jemand, der auf die Fresse will. Ohne Spaß, Alter. Wenn ihr nicht umfällt, wie sollen wir denn hier immer die ganzen Dinge unter Kontrolle halten? Ja, du mit deinem Sixpack, ey. Mit deinen Brüsten. Gut. Ihr da oben, chillt einfach mal, ne? Ich hab jetzt keinen Bock, so weit wegzugehen, nur für solche Penner. Okay, der Hase rennt vor mir weg. Ich tue dir doch nichts. Der war schon tot? Warum nicht? Vielleicht hab ich ihn angezündet, das könnte sein, bei meiner Wut hier auf die Einwohner. So, sonst noch jemand? Ich hab genug Schuss, nämlich unendlich, meine Freunde. Kommt her und holt euch eure Ladung. So. Okay, jetzt hört's anscheinend auf zu regnen. Und ich schnapp mir hier erstmal einen neuen Baum. Ne, 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 das wollte ich nicht.